Praxistipp für dich auf den Punkt gebracht. Die Wahl der Skibrille. Ich habe viele Gläser ausprobiert, um die richtige zu finden und aktuell ist mein Favorit ein Glas, was sich selber in der Helligkeit justiert. Die Wechselgläser, egal wie schnell wie einfach der Verschluss für unterschiedliche Lichtverhältnisse, Sonnenscheintage, bedeckte Tage, Nachmittagsabfahrten. Dieses entsprechende Wechselglas war entweder irgendwo hinten tief im Rucksack oder dann doch in einer anderen Jacke. Deswegen mein Favorit Gläser, die sich selber nachjustieren. Aufgrund der Helligkeit wird das Glas automatisch heller dunkler geschalten. Hier kann ich noch ein bisschen variieren. Ob ich maximale Helligkeit hinten raus will, dann fehlt mir eben oben ein bisschen was von der Bandbreite für sonnige Tage. Ich habe mit der Dragon mein optimales Setup gefunden. Eine Brille, ein Glas. Da fahre ich bei allen Sichtverhältnissen und im krassen Whiteout bringt auch die beste Brille nichts. Da muss man einfach noch mal andere Sachen an den Tag legen, um da sicher runterzukommen. Aber sie unterstützt dich. Ich hoffe, das hat dir geholfen meiner Brillenwahl. Wenn du Fragen hast, melde dich bei mir. Viel Spaß!